Ich sah nur einen schwarzen Schäfer weg, könnte aber auch schadensam sein. Leute, ich muss mich wieder ausklinken, ja? Ihr fahrt, ich bleib mich dann in die Umrichtung ab. Bis dann, tschau. Okay, tschau. Die 1060 einmal bitte durchgeben. Richtung Namesa, Richtung Norden. Aktiv den Funk bedienen, weiter, weiter. Funkdisziplin aufgehoben, Aziz. Die 36 für die 99 kommen. 1020. Ich bin gerade on route, Höhe Sandy Schoss. Gut, nehmt sich der Sache an, sagt, da kommen Sie. Das ist unproduktives Gutrennen. Ja, die Falle ist auf der Tankstelle aus Osthighway. Alle die Zahl vorbereiten. Ja. Okay. Okay. Okay, er hält nicht an, gut zu uns. Er fährt wieder ab von der Tankstelle, weiter aus Osthighway Richtung Norden. Ja, 1040, ich komme in den Gegend. Wendet. Wendet auf den Highway, fährt den Gegenverkehr aus Osthighway Richtung Süd. In welche Richtung? In welche Richtung? In welche Richtung versucht er zu ziehen? Gibt's denn nicht, ne? In den Gegenverkehr oder noch? Ja, weitere. 1020. Fangen jetzt direkt auf das Minusgebäude drauf? 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 Wie ist das dein Dispatch? Was fängt das, findest du nicht durch? Ist wieder im Gegenverkehr? Ist wieder im Gegenverkehr? Ist wieder im Gegenverkehr? Wir müssen nur wissen, ob die die oben lang fahren oder unten lang fahren. Oh, tschüss dran. Rescue übernimmt jetzt die 1020 Angaben. Oh, gut. Hätte, das ist leichter anzutrennen. Wir sind an der Nordseite der Ölfelder, Bereich Istos, Sanctus, Van Stadteinwärts. Das ist eine Einheit dran. Nordseite, Straße, Ölfelder, Steheife 3. Ja, verstanden. Wir sind jetzt kurz vor Stadteinfahrt, Aktienfahrt Richtung Westen. Wir haben den in Sicht ab und die kombiniert sind gegen. Stehen mittig. Stehen mittig. Achtung, Einheit, Straßensperre ist vorher abgebogen. Wir fahren Richtung Norden, East Dos Santos Fire Station. Achtung, Wagen hat 180 Grad, Drehung gemacht. Was? Okay, pitchen, 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 pitchen. Ruhig bleiben, ruhig. Personensteigen alle aus, vier ausgestiegen bei der East Dos Santos Fire Station. Zwei Einheiten, sie bleiben dran, den Flüchtigen zu Fuß an der Fire Station. Los denn was, kommen Sie. Sie rächt sich links. Auf-Road-Leuten dran. Wir brauchen Einheiten, Auf-Road-Eimer. Hier ist das Santos Fire Station. Defensive. Eine Person nach oben, eine Person nach West. Bleiben Sie stehen, LSPD! Achten Sie auf letale Absicherung. Oh, es ist an einer Person. Eine Person gefällt an eine Person. Okay, ja, festnehmen. Stehen bleiben schon. Richtung Ölfelder unterwegs. Aktuell östliche Laufsrichtung in einem Geisterhaus. Festsetzen, festsetzen. Festsetzen, sofort. Auf-Road-Leuten. Ja, wir sind aktuell in Richtung Ölfelder. Ja, Frage haben wir die, äh, zwei fußläufigen Täter schon gesteckt? Ja, wir brauchen eine Person. Check eine Person gestellt. Okay, es sind vier insgesamt gewesen. Wie viele haben Sie stehen? Und zwei weitere Personen flüchtig. Okay, checken Sie auf jeden Fall die Sachlage nochmal. Bereich Fire Station. Wir sind aktuell noch im Foot-Persuit an den Ölfeldern. Fickter Scheiß-Wichser, bleib stehen oder ich erschieß dich. Anders, zurück, 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 zurück. Wir gehen, wir gehen. Ich kann einen Streifen sagen. Genau, da gehört aus. Besonders getasert, äh, Ölfelder, Westseite. Äh, gehen Sie ruhig ran, fixieren Sie. Taser war erfolgreich. Ran, fixieren, anscheinend. Cross. Ja. Äh, wir müssen jetzt mal zählen. Es waren vier flüchtige Personen. Also, eine Person ist flüchtig, weißes Oberteil. Weiblich. Eine weitere Person ist flüchtig. Weiblich. Äh, weißes Oberteil weiblich. Befindet sich wohl unter dem alten Krankenhaus in dem Parkdeck. Äh, der weiße Washington. Unbedingt im Auge haben. Nicht, dass da Diebesgut rausgenommen wird. An die Streife, die an der Tankstelle steht. Fahren Sie zum weißen Washington und suchen Sie diesen. Ja, check, ne? Mann, 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 Mann. So, denn was? Kommen Sie. Zack, zack. So. So, suchen wir mal unser Früchtchen, hä? Das ist gleich am Parkdeck. So rechts, rechts. Hm, ja. Ja. Ah, ja. Frage, eventuell in die Kanäle gegründet. Äh, hier Rescue zur Information, äh... Wären Sie mal stehen. Stop, 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 stop. Äh, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. LSPD, machen Sie den Motor mal aus. Könnte vielleicht ein möglicher Treffer sein. Klagen Sie aus dem Fahrzeug aus. Beide. Welche Richtung? Der Ende da, wo ich Sie sehen kann. Äh, Ferdrich und Cypress. Wir haben hier gerade zwei Personen auf dem Parkplatz. Ah, Rescue dreht ab. Einfach hoch. Ist schon weg, die Tante. Scheiße. Ist mit Sicherheit über die Mauer. Und dann irgendwo in die Wiese. Wald verschwunden. Gut, wir haben zwei, haben wir gekriegt. Sehr gute Arbeit. Nichts braucht eine Wiese ber .... ... Untertitelung des ZDF, 2020